Musik Sie haben schon ein bisschen reduziert, ne? Das ist reduziert, das hat sich jetzt auf ein Viertel reduziert. Also es war die dreifache Menge Flüssigkeit. Was für eine Flüssigkeit ist das? Das ist Weißwein mit Nolibrat, das ist so eine Art, wie nennt sie das, Wermut? Ein sehr trockener Wermut und Fischfond. Ah ja, also je ein Drittel so. Wobei der Fischfond ist ja nun so, dass man den ja kaufen kann zum Glück, sonst muss man das ja mit... Kann ich Ihnen das entsorgen? So, danke, muss man das ja mit... Muss man selbst machen. Das ist sehr mühsam. Das ist mühsam, da muss man die ganzen Häute und Köpfe... Ja, gräten und so. Aber man kriegt beim Fischhändler auch so Abfall und kann das machen. Ja, kriegt man, man kann es machen, das dauert und man muss sich halt die Zeit nehmen. Ja, ja. Ist halt mühsam. Also es gibt ja bestimmte Gerichte, ich bin ja so ein Risotto-Fan. Ja, bin ich auch. Und da muss der Fond natürlich toll sein. Weil es lebt vom Fond. Ja, unbedingt. Nein, nein, natürlich, das lebt ja nur. Das ist ja... Da habe ich ja, ich habe früher immer gesagt, da kann man auch so ein Fertigen nehmen und habe das dann wieder rufen. Nein, 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 das geht nicht. So wie die Autofirmen ihre Wagen zurückholen. So habe ich dann gesagt, das möchte ich zurücknehmen. Nein, nein. Aber bei sowas hier kann man das ohne Werte suchen. Ja, ja, das ist, das wird... Und das wird ein schönes Sößchen. Ja, das nennt sich dann Estragon-Soße. Oh, schön. Und muss halt jetzt etwas Simmern... Auch wieder nochmal reduzieren. Etwas Simmern, reduzieren, ja, damit es also eine schöne Konsistenz gibt. Sollen wir so hoch lassen? Ist jetzt hoch? Ne, ist ein bisschen zu hoch. Ich mache es so. Ja, ja, ja. Gut. So, das ist doch schon sehr schön. Und das Ganze wird, da kommt Fisch, nicht? Das ist ein Fischgericht. Das wird eine Seezunge mit Estragon-Soße und dazu gibt es Vichy-Karotten. Oh, da sind sie. Die können wir zum Beispiel jetzt auch schon gleich mal anmachen. Soll ich das mal anmachen? Ja, gerne. Und zwar nehmen wir da, snobbierweise, Mineralwasser. Angeblich schmeckt es dann besser. Aber es klingt, ist vielleicht, es klingt sehr professionell. Ich weiß nicht, ob es nicht schmecken würde, weiß ich nicht. Nein, aber es hat ja dann was nicht. Das klingt dann gut. Ja, beim Kochen ist das ja auch ein bisschen, erstens eine Sache der Augen und zweitens aber auch eine Sache des Kopfes. Ich mache hier noch ein bisschen runter, darf ich das? Gerne, ja, unbedingt. Ja, jetzt glaube ich, jetzt wird es... Ich mache es ganz leicht. Und rühren darf ich mal ohne... Also Sugar, also in die Karotten kommt dann der Sugar. Ja. Sugar, wie hier steht. Ja. Salz haben Sie hier. Salz, ja. Salz steht in Deutsch, Zucker steht in Englisch. Das sind alles Geschenke von irgendwelchen Leuten. Ich habe keinen Einfluss genommen. Das ist sehr... Das gefühlt man hier. Fühlt man sich heimisch. Ja. So. Ja, die sollen also jetzt... Soll da der Deckel drauf? Ja, Moment mal, ich muss mal schauen, dass es nicht zu wenig Wasser ist. Das muss also jetzt relativ... Das Gras ist an, oder? Eigentlich sollte es so sein, gibt es noch etwas Pfeffer? Ja, eine Mühle hinten. Die helle ist mit weißem Pfeffer, die dunkle ist für... Ja. Es sollte eigentlich so sein, dass... Wenn das Wasser verdunstet ist, sollten auch die Karotten fertig sein, aber das ist natürlich eine Sache der Erfahrung, die man nicht immer hat bei diesen Dingen. Ich darf das ein bisschen verteilen, so. Ja. So. Und im Grunde ist das jetzt schon... Sollen wir drauf tun? Ja. Ich glaube schon, ja. Im Grunde ist das ja eigentlich jetzt schon fast... Die Hauptarbeit ist eigentlich schon gewesen. Die Sezungen, die sind dann ganz... Werden nur ganz... Wenn das jetzt eigentlich ist, ist das jetzt schon sehr gut. Schaut ganz gut aus. Schaut ganz gut aus. Soll ich die Sezungen schon mal holen? Jetzt macht man es mal. Ich glaube, ja, wäre vielleicht ganz gut. Ja, mit dem Dillschrack, ne? So. Das wird dann... Also, die Sezunge ist ja eines der feinsten Fische, aber auch... Ja, auch teuer. Teuer. Und man muss immer etwas machen dazu, weil es selbst keinen so starken Geschmack hat. Das stimmt, ja, ja. Das ist was ganz Feines. Ja, ja. Und deswegen finde ich zum Beispiel so eine Estragon-Soße genau richtig teuer. Das ist... Das sind ja wunderbar. Aber die sind... Die kriegt man nicht immer, diese Sezungen. Also bei uns... Ich wohne in so einem... Auch in einer Kleinstadt. Den muss ich bestellen vorher, weil... So normal bei denen... Und sonst kaufen Sie beim Bauern oder so auf dem Land? Oder... Ja, eigentlich auch nicht. Gibt es einen Markt oder sowas? Ja, es ist ein Kleinstadt. Es gibt aber der Markt ist ja auch nicht so romantisch, wie man immer denkt. Vor allem die meisten Märkte, die haben Gemüse, das sie genauso auf dem Großmarkt gekauft haben, wie im Laden. Genau, wie alle anderen. Also wenn es nicht ein Bauernmarkt ist oder natürlich der Viktuale-Markt. Die haben natürlich tolle Qualität. So, jetzt kann ich das hier... Vielleicht die Soße ist, glaube ich, in einer Situation... Wollen Sie, wollen Sie... Heiß, ne? Wann ist es nicht heiß? Ja, aber Hornhaut. Achso, ich bin da so empfindlich. Darf ich mal da reinschauen? Ist der... Ja. Ja, das kann man hier... Ist das okay so? Ich glaube ja. Das ist... Noch ist das okay. Ja. Wenn Sie... Und jetzt kommt hier Fischfond. Ja. Das ist auf kleiner Flamme. Das ist okay? Ja. Ein Schuss Weißwein... Machst du ein bisschen höher? Ein Schuss Weißwein und Fischfond. Ja. Oh, das ist ein Stichwort. Wie viel brauchen Sie? Ein Schuss? Ein Schuss nur. Das soll eigentlich nur... So? Ja. Das reicht. Und ein Schuss für Sie? Gerne. Und ein Schuss für mich? Drei Schuss? Drei Schuss. Ein Treffer. Achso. Vielleicht sollte ich noch sagen, was wir trinken. Nehmen Sie eins. Ich nehme Ihnen eins. Einen Sauvignon Blanc aus Südafrika. Ein ganz junger. Ein ganz junger. 2001. Aber wirklich ganz jung. Ganz jung. Ganz jung. Ein Babywein. Ein Babywein. Schön frisch. Sehr. Total wie so ein Sommerwind. Leichter. Tja, ein leichter schöner Wein. Und wie immer, Sauvignon Blanc, behaupte ich, schmeckt wie eine Wiese, eine frisch gemähte Wiese riecht. Aha. Gut. Er schmeckt wie eine Wiese riecht. Das ist ein bisschen kompliziert, gebe ich zu. Das klingt toll. Aber man muss auch. Aber es klingt, schauen wir mal schnell. Oh, ist schon gleich fertig. Ist schon fertig. Ja, ausmachen. So ausmachen, sofort ausmachen. So. Jetzt ist eigentlich gleich, bin ich eigentlich gleich, darf ich die da so? Ja. Wer kocht denn bei Ihnen zu Hause? Also meine Frau kocht eigentlich die edleren Teile und für das Hausmannsgeschichte bin ich zuständig. Das liegt an meiner etwas grober gestrickten Art. Also nach Hausmannsart. Sie sind Bayer, geborener Bayer. Ja, und wie. Und das ist ja eine der wenigen Haus- oder sagen wir mal deftigen Küchen, die wirklich gut ist. Die können gut sein, wenn Sie... Und da gibt es nur noch eine kleine Steigerung, das ist Österreich. Ja, dick finde ich ganz gut. Ja, aber das ist die bayerische Küche verfeinert eigentlich. Ich bin ein Fan von Österreich. Ja, das ist ja super. Rina. Jetzt müssen wir schnell umdrehen. Haben wir da sowas? Umdrehen? Ja, hier. Ohne dass sie... So was? Das genügt eigentlich schon. Ja. So, schnell umdrehen, ohne dass sie jetzt kaputt gehen. Das helfen. Pass auf, wir nehmen mit zwei. Eins. Jetzt müssen wir es ausmachen. Eins. Ausmachen. So, die waren schon umgedreht. Ah, die waren schon? Ja. Und ausmachen? Ja, jetzt müssen wir es ausmachen. Und jetzt kommen die dann... Eigentlich, das müssen wir... Ist das jetzt? Die kommen jetzt gleich in den Ofen, nur ein paar Minuten. Ja. Jetzt muss ich nur schauen, dass alles in Ordnung ist. Salz und Pfeffer, kommt das jetzt drauf? Sie werden nicht gesalzt und nicht gepfeffert, interessanterweise. Ah, gut, das ist ab. Sondern die bleiben so, die werden jetzt nur noch im... Wie schüttet man jetzt die Karotten ab? Äh, nochmal ein... Vielleicht... Soll ich mal... Soll ich das Wasser abgießen? Ja, gerne, es wäre nett, wenn Sie die abschütten würden. So. Jetzt kommt das hier in den Ofen. So. Das soll jetzt nur drei Minuten, ja? Ah. Ach. Drei Minuten. Das ist ja toll. Wie, äh... Der ist an 120. Ja. Drei Minuten stelle ich die Uhr. Gut. Jetzt. Moment, jetzt muss ich... Wo ist denn diese... Ah, da ist es, hier. Okay. Hier sind... Wenn Sie Topflappen brauchen, hier... Ja, danke. Und dann haben wir etwas... Das ist natürlich... Beim Gas wird das alles... So. Die Henkel und so werden immer gerne... Ja, die werden sehr heiß. Ich habe ein bisschen Angst vorm Gas. Ich habe zu Hause nur... Weil wenn man da einen Topflab in seiner Hektik irgendwo liegen lässt, dann brennt das ja sofort. Ja, auch. Also man muss sehr... Hier hat es auch schon gebrannt. Sehr vorsichtig. Ja, aber ich liebe das. Ja, ja. Es ist natürlich das professionellere Kochen, gar keine Frage. Ja, ja. Schnelle... Ja, ja. Eine Nektel hoch, tief. Nein, das ist ganz klar. Das spricht ja viel schneller an. Haben Sie eigentlich auch kochen gelernt? Sie haben doch mal eine Hotel... Ja, ich war auf der Hotelfachschule. Fachschule. Aber wobei ich ja sagen muss, das Kochen... Erstens mal, ich habe dann versucht, in diesem Hotelfach, da wollte ich Hotelkaufmann lernen. Und da wurde ich auch in die Küche geschickt. Im Bayerischen Hof war das in Lindau. Ah, ja. Und das ist natürlich eine vollkommen andere Art zu kochen. Und eine mühsame und schwere Art. Ich habe es nicht weitergebracht, als die schweren, so schwere Tiegel vom Kühlraum nach oben zu schleppen. Das ist ein harter Beruf. Koch als Beruf ist ein harter Beruf. Aber kochen zu Hause, das macht Spaß. Das macht Spaß. Auch für Freunde. Ich koche ja gerne so für eine kleine Gesellschaft. So, ja. Ein Schuss Estragonessig noch hinein. Ah. Wissen wir die Zeit da? Ja, ja, die sklingelt. Sklingelt. Ich habe die Uhr gestellt, gar nichts passiert. Noch etwas Salz. Ah, ja. Also das... Das montiere ich da ein bisschen noch mit so einem Quill. Haben wir etwas Butter? Wollen Sie so eine oder eine kalte? Vielleicht eine kalte Butter. Ja, ich habe auch... Aber es geht nur Nussgroße, eine halbe Nussform. Ja. Ich habe was im Tiefkühl, weil man öfter mal eine Soße ein bisschen verdicken will. Genau. Ist sowas da? Ja. Immer das sowas. Genau. Reicht das? Kann man das jetzt schon machen oder muss man warten? Na, probieren Sie es nicht. Wie ist es? Ja. Geht's? Das ist ein bisschen... War noch ein bisschen hart, oder? Nein, nein, das ist schon aber ein bisschen wenig Soße. Vielleicht haben wir den Schuss zu stark. Sehr reduziert? Ja, vielleicht. Hier, die drei Minuten. Soll ich es rausnehmen? Raus, bitte. So, wo kann ich diesen tropfen, das Teil... Äh, hier auf sowas. Oder da. Geht's? Ja, okay. Jetzt habe ich getropft. So, raus schnell. So, okay. Jetzt kommen die Estragon. Jetzt lässt du, warum es überhaupt Estragon heißt. Ja. Das ist, was man jetzt hineintut. Und zwar rupfe ich sie so ab. Ja. Ja. So. So, ein bisschen. Sehr schön. Und da ist ja auch schon Estragon-Essig drin. Ja, ein Schuss Estragon-Essig. So. Jetzt muss man diese Karotten... Soll man das... Die Karotten etwas... Was ist das? So. Wo sind die Teller, das sind? Ja, die sind warm, ja? Ja. Kann man das da... Ach so, damit die abtropfen, gell? Soll man das drauf tun? Ja. Dass die abtropfen, bitte. Also man müsste... Man könnte das natürlich auch... Mh. Ach, wie schön. Und dann nehme ich das schon vor? Ja. Moment, so. Das ist für Sie. Und man kann das natürlich jetzt noch mit etwas anschönen, indem man noch ein bisschen Estragon und zur Seite legt. Ja. Ja. So. Sie sehen, ein blitzartiges Gericht. Das ist toll. Aber meins ist genauso schnell. Wir haben heute die Stunde der schnellen Zwischengerichte. Das war Ihre. Der schnellen Zwischengerichte. Ja. Jetzt brauchen wir... Eine Gabel. Eigentlich nur Gabel, oder? Ja. Ich hoffe doch, dass wir keine Messer brauchen. Hahaha. Gut, dann probieren wir es mal. Ich bin selber neugierig. Mh. Ob es in dieser... Mit den Karotten ist das eine schöne Mischung mit den Karotten, nicht wahr? Mh. Toll. Also, super. Das ist natürlich auch ein super Fisch, ne? Ja, das ist großartig, der Fisch. Und dazu... Ah. Kochen Sie immer nur sozusagen für die Familie, für sich und die Frau? Oder auch für Freunde? Also, Hausmannskost mache ich sowieso gerne. Also für uns den alltäglichen Gebrauch von Spaghetti über Sugo kochen. Aber das richtig tolle Kochen, das lasse ich dann oft meine Frau machen, weil die die Geduld hat. Weil das ist ja manchmal sehr schwierig. Das ist ja zum Beispiel ein sehr wunderbar einfaches Essen. Toll, aber ein tolles. Aber schwierig ist doch zum Beispiel, wenn man jetzt ein Stubenküken ausbeinen muss und die Karkasse raustun, oder? Das ist doch dann... Ja. Da muss man schon ein Profi sein. Und das kann ich dann nicht. Ein bisschen Öl. Also, mein kleines Zwischengericht. Ja. Also dieses hier war eine Sensation. Ich hoffe, ich kann konkurrieren. So, ich tue das jetzt... Ist zu heiß. Ich muss es auf die große Flamme stellen. Sollen wir das jetzt hier wegtun? Ja, ja. Damit es nicht zu sehr... Aber eigentlich würde ich ja gerne noch weiter essen. In Ihrem Bereich fällt. Also das ist jetzt Butter. Butter. Und das ist ganz einfache Hühnerleber aus dem Supermarkt. Supermarkt. Ganz billig, ganz preiswert. Gibt es fertig, abgepackt. Aber nicht tiefgefroren. Nein. Frisch. Frisch. Und die... Und das Tolle ist, das ganze Gericht ist entstanden dadurch, dass wir das machen wollten mit was ganz anderem und es war nicht da. Und es war nichts da, außer Pflaumenmüse. Aha. Das ist die sogenannte berühmte arme Küche. Das ist die arme Küche. Die dann so... Die dann die größte Fantasie entwickelt. Deswegen soll ja angeblich in England die Küche nicht so toll sein, weil die hatten immer Steaks und haben nie sehr fantasievoll kochen müssen. Ich musste nie irgendwas erfinden. Nein, die Italiener zum Beispiel mit Pizza, das waren ja alles so Erfindungen, glaube ich, von Armen. Absolut. Und die Sugos, die Tomatensohne. Da wird die Fantasie, wie in Ihrem Fall auch. Ja, das war... Entschuldigung, ich muss sagen. Also Not, aus der Not geboren. Eine großartige Sache. Vielleicht. Vielleicht. Wir werden sehen. So, das muss schön heiß sein, damit es dann relativ schnell geht, weil wenn die langsam vor sich hin bräten, dann wird es ja hart. Ja. Na, noch einen Augenblick. Da haben Sie ja nur Butter genommen. Mit bisschen Öl. Bisschen, damit sie spritzt. Ja, und auch damit sie nicht so schnell so braun wird. Ja, ja, genau. Die wird ja schwarz sonst, wenn sie zu heiß wird. So, das muss jetzt ein klein bisschen... Und das ist... Ich mache dazu ganz kleine, dünne... Cappellini. Cappellini. Und die brauchen nur drei, vier Minuten. Ganz dünn. Und da mache ich nur so ein kleines Nest. Aha. Das wird ein bisschen in Butter schwenken. Das ist ganz schön. Ein Nest von Cappellinis. Genau. Ein Cappellinisches Nest. Wunderbar. Cappellini, was heißt das nicht? Ich glaube, ich bin nicht so gut italienisch, aber ich glaube, es heißt Haar. Haar. Ja. Ja, ist ja, wie ist es ja. Sie machen ein Nest aus Haaren. Genau. Das ist so schön braun. Geht alles jetzt ruck-zuck. Wichtig bei Leber, das wissen Sie ja, nicht vorher salzen, sonst wird sie hart. Weil das zieht Wasser und dann... Ja. Ja, nein, was ich sagen wollte, also diese... Das Küchen, das Kochen in einer Großküche ist... Ist hart, ne? Ui. Aber das Kochen so mit Freunden, machen Sie das auch schon mal irgendwie? Ja, und je länger man sie kennt, umso entspannter ist man natürlich. Das tut einem gut. Man hat immer ein bisschen schwierig, wenn man so ein Show-Essen veranstaltet, wenn Fremde kommen. Und man muss ihnen zeigen... Nein, aber so mit Freunden auch schon zusammen kochen. Ja. Also das ist toll. Ja, das wollen wir jetzt zum Beispiel zu Silvester machen. Da wollen wir ganzes Rudel und jeder ist dann zuständig für bestimmte Gerichte. Die einen haben Pause, die anderen gehen in die Küche. Ah, wie schön. Essen Sie auch so asiatisch und sowas und... Also ich muss sagen... So haben ausländische Küchen. Ja, also ich esse gerne immer die Küche, wenn ich in den jeweiligen Ländern bin, dann übernehme ich das. Aber zu Hause, zum Beispiel im Winter griechisch zu essen, ist nicht meine Sache, oder? Also ich habe genau dieselbe Erfahrung. Ich würde hier nie einen griechischen Bauernsalat essen. Nein, das schmeckt immer nicht. Oder einen Rezina trinken oder so. Aber wenn man da ist, das hat mit der Atmosphäre, genau. Wobei ich etwas sagen muss, ich bin ja regelmäßig Salz ein bisschen, regelmäßig in Griechenland. Da hat sich auch viel getan. Also das ist so viel besser. Wird die Küche besser, ja? Ja, viel besser. Wissen Sie, dass auch das ist jetzt wieder, die Athener kommen auf die Inseln und die sind natürlich etwas verwöhnt inzwischen. Und die jungen Leute, die die Restaurants von ihren Eltern übernehmen, die wissen das und die strengen sich an. Ja, aber was kochen die dann? Griechisch verfeinert? Ja. Oder eigentlich italienisch? Nein, 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 nein. Ja, aber griechisch verfeinert, das ist dann eine gefüllte Paprika edler, oder wie? Nein, das ist einfach, die Sachen sind nicht so verkocht und die sind, man kriegt, äh, hups, das war ja. Spricht die Leber. Nein, das ist einfach mit ein bisschen mehr Aufmerksamkeit gemacht. Und Sie gehen immer noch in die Küche und schauen sich die Decke an? Auch nicht mehr so sehr. Nicht mehr, schade. Ja, das war eigentlich schönste, oder? Ja, das war lustig. Das fand ich am schönsten in Griechenland, dass man so die Decke anschaut. Ja. Muss man da ein bisschen umrömmen, wenn man es nicht klebt. Ja, bitte. Ich mach es einmal hoch. Das habe ich überhaupt noch nie erlebt. Guck mal, das ist, das glaube ich nicht. Das ist ja ein Feuerwerk. Das glaube ich nicht, dass das da hergekommen ist. Das ist ja unglaublich. Was für Hühner waren das? Springhühner, sogenannte Springhühner. Hupf-Dohle. Ja. Ein bisschen rosa darf sie in der Mitte sein? Gerne. Nur? Das war sie jetzt schon. Das war sie jetzt hier schon. Wir haben ja Expressgerichte. Heute haben wir Expressgerichte. So, kocht das da? Ja, nicht sehr. Es simmert. Ich habe es auf hoch gestellt. Mhm. Es sieht voll aus, da unten. Das ist ja nur drei Minuten. Vier Minuten, ja. Oder? Drei steht auf der Packung. Ich habe es ausprobiert. Es braucht doch vier. Ja. So, jetzt muss ich... Das wäre zu al dente. Das ist ja. Das sehe ich. Das sehe ich. Gut. So, ich nehme mal ein bisschen Butter rein. Und jetzt kommt... Jetzt kommt die Schalotten. Etwas Pflaumenmus. Ja. Und mit Schalotten. Ja, ja. Und das ist Ihr ureigenes Rezept. Ja. Sozusagen, da haben Sie das Patent drauf. Ja, eigentlich war es der Freund, nicht ich. Da haben Sie das Patent drauf. Er. Er. Ja, ich will mich da jetzt nicht mit fremden Federn schmücken. Apropos, gibt es sowas bei der Küche? Gibt es sowas, dass jemand ein Patent hat? Nein. Nein. Eigentlich ungerecht, oder? Auch kein Urheberrecht. Das ist wie bei Witzen. Auch nicht. Nein. Es sei denn, man würde das Patent singen. Ja. Dann könnte man... Dann ist die Gema. Dann ist die Gema. So. Ah, jetzt kochen die schön, ja. Jetzt kommt's. So. Sollen wir die mal weg tun? Ja. Hoppala. Hoppala. So. So. Capellini. Das ist ein ganz einfaches Pflaumenmus. Ja. Aber es gibt auch... Also es gibt schon auch Qualitätsunterschiede. Das soll schon ein gutes sein. Aber jetzt nicht irgendwie eins von irgendeiner... Und wie kommt man auf so eine Idee? Weil nichts anderes da war. Da haben wir Glück gehabt, dass Sie da nicht Honig hatten, oder was? Ja. Vielleicht auch gut. Muss man ausprobieren. Jetzt tun wir noch ein bisschen... Geben Sie mir den Cognac. Jo. Dann machen wir so einen... Auch wieder einen Schuss, ne? Einen Schuss. So, sind das die Capelli? Probieren Sie die mal. Ja. Also wenn Sie noch nachkochen, wenn man Sie jetzt abschüttet, kochen Sie ja noch etwas nach. Dann müssten Sie gerade richtig sein. So. Sie sind ganz... Ein Hau. Also noch heftig al dente, aber... Aber wenn Sie nachkochen, die sind ja sehr empfindlich. Und ich habe das schon mal gesehen bei Ihnen. Das ist ein raffinierter Topf. Den tun wir einfach raus. Ja. Den müssen wir nicht abgießen. Sie müssen jetzt beide mitnehmen. Beide mitnehmen? Ja. Soll ich das machen, ja? Ja. Ich muss jetzt kräftig pfeffern. Das ist bei den Pflaumenmus wichtig. Das schütte ich einfach... Und dann machen wir... Beides in den Sternen, beides reinstehen. Da rein, ja? Gut. Und jetzt eins rausziehen. Ja, raffiniert. Wunderbar. Hoppala. Aha. Ja. Na, die tun wir... Auf die machen wir da. Auf diese. Gut. Jeweils... Hier ist dann... Aber Sie wollen ja sicher ein Nest machen. So ein kleines in die Mitte. Gut. So. Okay. Die muss ich auch pfeffern. Salzen. Beides. So. 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 Aha, das wird gar nicht mehr hinein, sondern es ist im Grunde so, wie du das verstehst. So. Nehmen Sie das nütterweise nach vorne. Ja. So. Aha. Haben wir was vergessen? Ja, nein, ich hätte die buttern sollen, weil die vielleicht ein bisschen trocken sind, aber geht's? Ich gebe einfach ein bisschen mehr von der Soße, dann kann man das damit essen. Da kann man so einen Schuss Butter, hätte man da drauf tun können, dann kleben sie nicht ganz so. Ja, vor allem, weil ja nicht so viel Soße ist, da gebe ich ein bisschen mehr davon. So wunderbar. Und jetzt tue ich hier vorne noch so ein bisschen dekorieren, so fürs Auge und für den Geschmack. Sehr schön. Hab ich etwas schon klein geschnitten, Majoran. Aha, Majoran. Majoran und Leber, das passt immer ganz gut. Schaut toll aus. Und auch schnell gegangen. Ganz schnell, ja. Auch so ein kleiner. Wenn die abends von der Arbeit kommen, kann man sowas noch schnell machen. Und es ist enorm preiswert. Ja, auch noch. Diese Leber ist wirklich... Im Gegensatz zur Seezunge. Ja, so haben wir heute. Aber so viel Zeit muss sein. Ein Schluck noch. Ein Schluck unbedingt. Das ist ja... Jene Wiese, jene Sommerwiese. Genau. Genau. Oh, jetzt haben Sie aber kräftig. Muss man da ausmachen, ja? Ja, bitte. So. Die Sommerwiese, das muss sein. Auf die Sommerwiese. Mh, schön. Ne, ist schön frisch. Wunderbar. Aber braucht man eigentlich auch nur eine Gabel, ne? Nur eine Gabel. Auch das ist preiswert. Ja. Man spart sogar am Besteck. Ja. Die Spaghetti sieht immer ein bisschen uneinständig aus, wie man sie isst. Ja. Man muss sie nur so rein saugen. Mh, wunderbar. Wunderbar. Schön, oder? Und das sage ich nicht nur, weil ich hier jetzt Gast bin. Das ist wirklich ganz toll. Ich hätte es nicht geglaubt. Ich meine, dass ein Pflaumenmus zu Spaghetti sehr ungewöhnlich mischen. Ja, aber es liegt eher mehr Mischung Pflaumenmus-Leber. Mhm. Man kann es übrigens auch einfach mit ein bisschen Toast oder so, muss ja gar nicht mit dem... Ja, das ist mitmachen. Mhm. Ja, eigentlich sollte man es nur dezent essen, aber jetzt hau ich es mal rein ganz. Ja. Das ist wirklich toll. Respekt. Wie heißt das Rezept? Das heißt, Geflügelleber à la Konstantin. Konstantin. Nicht Alfredo. Nein, weil er hat Zucker. Ehre, wem Ehre gebührt.